Noch wackelt alles bei den Bullen. So richtig klar scheint das Bild hier noch nicht zu sein. Zumindest mal, ja, es geht immerhin nach oben. Nehmen wir mal das Positive mit aus der ganzen Geschichte. Aktuell zumindest mal die heutige Tageskerze. Wir sehen das oben rechts, die ganz Außenkerze hier. Das ist im Tageschart der heutige Tag und der sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Immerhin die Bewegung zieht es ein wenig nach oben. Gucken wir uns das Ganze an. Das ist hier der Nasdaq NQ hier auf Wochenbasis, Tagesbasis. 16.30 Uhr ist die aktuelle Uhrzeit. Vier-Stunden-Chart und Fünf-Minuten-Chart. Wir hatten im Fünf-Minuten-Chart gestern, machen wir das als Augentraining, ja schon mal angedeutet, dass die Abwärtsseite stark ist, dass das ein möglicher Trigger für die Short-Seite ist, für diejenigen, die Intraday unterwegs sein wollen mit ungefährer Erwartungshaltung. Dass das, was wir vorne haben, sich hinten nochmal fortsetzt. Das war sogar noch ein bisschen mehr. Das kann auch mehr sein. Also es muss nicht exakt das Gleiche sein. Aber es gibt uns immer so eine ganz gute Richtungsorientierung. Mit was müssen wir denn rechnen? Und da sind solche Durchbrüche durch so dreiwellige Korrektivverhaltensmuster eigentlich immer ein ganz gutes Indiz. Hat hier ja auch hingehauen an der Stelle. Theoretisch wäre das hier auch gewesen. Zumindest mal die Abwärtsseite sieht sehr korrektiv aus. Hier hätte mir allerdings der Anstieg nicht gefallen. Ist vielleicht keine Tragik, denn das ist wirklich was für die Nachtschwärmer gewesen. Warum der Anstieg jetzt nicht? Weil der ja wieder überschneidend war. Für die Morgenfreunde unter euch, der frühe Vogel und so weiter, die heute Morgen schon gesehen haben, dass wir hier sehr stark aufwärts gelaufen sind. Eine ganz klare Impulsbewegung hier nach oben und das Korrektivmuster nach unten. Der hatte den Rücksetzer in die Fibrozone, wie wir es sagen, ganz klar korrektiv und eben anschließend die Fortsetzung. In dem Fall sogar deutlich weiter noch nach oben. Also insofern erstmal okay. Warum zeigt er jetzt die alten Dinger da nochmal? Damit sich eure Augen daran gewöhnen. Es geht ja nicht darum, dass das immer funktioniert. Aber ich möchte, dass ihr solche Situationen wahrnehmt. Wahrnehmt, sage ich mal so. Entweder handelt ihr die konkret. Wir suchen ja solche Situationen immer für uns, für den Handel auch raus. Gucken, dass wir solche Szenarien haben. Aber selbst wenn ihr sagt, so ganz geheuer ist mir das nicht, habt ihr zumindest mal einen Filter für euch, um zu gucken, was ist denn die bessere Richtung? Ist es die Aufwärtsseite oder ist es die Abwärtsseite? Womit können wir dann vorrangig rechnen? Und wer hier überlegt hat, nach dem Anstieg, das brauchen wir nicht, aber nach dem Anstieg hier, was ist das? Es ist nun mal irgendwie dreifällig. Zumindest mal null Informationen nach unten. Vielleicht der Teil. Da hätte man noch sagen können, jetzt geht es short. Aber dann hätte es irgendwann wackelig hoch gehen müssen. In diese Zone rein. Das hat er nicht gemacht. Und insofern scheint es beim bullischen Bild geblieben zu sein hier in der Stelle. Und so sieht es ja aktuell aus. Also das sieht doch toll bullisch aus. Auch hier im 5-Minuten-Chart. Der Markt geht nach oben. Auch der hintere Teil. Nach dieser jüngsten größeren Korrektur haben wir doch jetzt hier wieder irgendwie was, was so fünffällig aussieht. Ja, das sieht wirklich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also das macht Spaß auf mehr. Ja, allerdings sollten wir da nochmal im Gesamtkontext gucken. Und wenn ich mir dann anschaue, wie war es denn im 4-Stunden-Chart? So richtig glücklich bin ich mit dem Anstieg noch nicht. Da hat sich nicht viel verändert. Außer, dass wir diesen Rückwärtsarm nochmal hatten. Jetzt im Moment hier hoch. Also das, was Sie eben im 5-Minuten-Chart hier angeguckt haben, das sind hier im 4-Stunden-Chart diese Kerzen. Also, was sehen wir? Im Kurzfristigen sieht alles erstmal gut aus. Das macht einen positiven Eindruck. Es sieht erstmal nach der steigenden Richtung aus. Und wenn es so bleibt, beziehungsweise wenn auch die nächsten Korrekturen wieder, also die nächsten Bewegungen nach unten, so muss ich formulieren, korrektiv verlaufen. Und als kleiner Sehtest könnt ihr gucken, so ähnlich wie hier in groß oder so ähnlich wie hier. Dann kann man sagen, naja, die Aufwärtsseite war schon relativ stark im Verhältnis zur Abwärtsseite. So ähnlich wie wir das umgekehrt. Das geht für die Short-Seite grundsätzlich natürlich genauso. Also, wenn ihr so ein Verlaufsmuster seht, dann habt ihr zumindest mal eine Idee, okay, da ist noch ein bisschen mehr möglich. Aber, und jetzt kommen wir zu dem negativen Aspekt. So richtig glücklich bin ich mit der Long-Seite noch nicht. Im übergeordneten Bild. Warum? Auf Tagesbasis, wir haben unsere Lieblingszielzone. Na gut, das muss ich vielleicht formulieren für diejenigen, die jetzt zufällig das Video gucken. Lieblingszielzone ist jetzt weniger meine subjektive, damit der Rüdiger sich wohlfühlt. Nein, es geht dabei tatsächlich mehr darum, was eine klassische Korrekturgröße ist. Muss der Markt klassisch korrigieren? Nee, aber es hätte den Vorteil, dass da ganz viele Marktteilnehmer sagen, das ist doch bestimmt eine klassische Korrektur, jetzt kann ich wieder einkaufen. Jetzt sitzen viele so mit einer Pobacke in der Luft und wissen nicht so genau, ja, kommt der jetzt noch mal runter? Ich kann später günstig einkaufen oder jetzt an der Stelle, ich warte lieber noch mal. Und das ist an der Börse ja immer schade, wenn Leute warten, dann kaufen die zumindest mal den Kurs nicht hoch. Also der Verdacht besteht, dass der Kurs irgendwann in den nächsten Tagen vielleicht tatsächlich noch mal diesen Rücksetzer macht. Wohlgemerkt, im 5-Minuten-Chart erkennen wir es aktuell nicht und es ist jetzt keine, also ich fordere sowieso niemanden auf, aber keine Einladung im Sinne von, oh, geht mal short, der Typ hat hier einen Pfeil nach unten gezeichnet. Nee, das fände ich klasse, wenn er das macht, aber nur, weil ich was klasse finde oder weil etwas typisch ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es passiert. Heißt aber umgekehrt für mich als Händler, ich darf jetzt nicht sagen, das ist ja absurd, das geht auf keinen Fall mehr runter. Ich muss immer sagen, es ist realistisch, dass es runter geht, würde es mich stören, muss ich enger stoppen, fände ich das ganz okay, muss ich so stoppen, dass ich diesen Rücksetzer überlebe, damit ich meine Long-Position nachher immer noch habe, wenn der Kurs dann anschließend nach oben geht. Das ist die Aufgabe, die wir als Händler haben. Und eben so die Auffassung, oh Gott, wie handele ich das Ganze? Neben dem, dass der Rücksetzer noch nicht tief genug ist, für meinen Geschmack und den klassischen Bild, muss man sagen, ist allerdings auch die Aufwärtsseite, so wie wir sie hier im 4-Stunden-Chart haben, irgendwie doch noch ganz schön korrektiv aussehen. Ja, die Vorderseite auch. Ich habe also insgesamt den Eindruck, dass die Abwärtsseite sehr korrektiv ist. Deshalb sehe ich tatsächlich auch relativ gute Chancen, dass wir hier früher oder später diesen Bogen kriegen. Also die Chance sehe ich für relativ gut. Ich bin also gar nicht so bärisch eingestellt. Aber ich traue dem Braten noch nicht so richtig, jetzt da schon rein oder irgendwie ist mir das Ganze noch zu wackelig. Das sieht noch zu instabil aus. Das kann bestraft werden, weil der Markt dann doch läuft und sagt, ja, wir flitzen schon mal. Aber wir sollten es im Hinterkopf haben. So würde ich das mal zusammenfassen. Wer aktiv rein will, muss dann halt im 5-Minuten-Chart oder im 4-Stunden-Chart zum Beispiel, hier sieht das sehr nach einer Umkehrkerze aus. Wenn ihr so eine Situation habt, könnt ihr natürlich sagen, du, ich versuche das einfach mal. Also sprich, wenn der jetzt hier mal irgendwie eine Pause macht und macht dann hier eine Umkehrkerze in dem Bereich oder triggert dann wieder hier die Oberseite, dass man sagt, ich stelle mal einen Fuß schon mal in die Tür rein, wenn er dann wirklich läuft, habe ich ja schon eine Position am Laufen. Wenn er umdreht, habe ich ein relativ kleines Risiko auf diesen kleineren Zeitebenen gehabt. Also das ist so das Vorgehen, was ihr da ganz attraktiv finden an der Stelle. Jetzt massiv rein im Sinne von jetzt geht es hoch auf 25.000. Nicht mein Ding, was ihr wollt, aber mein Ding ist es nicht. Dazu ist mir das hier noch zu unoffensiv. wie die Marktteilnehmer da vorgehen. Lasst euch nicht von diesen einzelnen Anstiegen hier irritieren im Sinne von, ja siehste, das ist doch jetzt der Beweis. Dieser Anstieg ist ja nur ein Teil dieses Anstiegs, den wir hier haben. Und dementsprechend ist das, also ich mache mal ein anderes Beispiel. Eine klassische Korrektur auf so eine Bewegung ist ja eine ABC. Allerdings das ist sehr dynamisch und auch das Teilstück ist sehr dynamisch. Also jetzt nur davon auszugehen, naja, das Ding ist dynamisch. Jetzt muss es ja nach unten weitergehen. Wer klassische Korrekturen kennt, der weiß, hm, ja, danach geht es auch gerne wieder schnell nach oben. Das ist eben ein gar nicht so untypisches Bild an der Stelle. So, das sieht im Wesentlichen beim S&P nicht anders aus. Das ist jetzt hier der S&P 500. Da sah allerdings gestern das Short-Bild nicht so toll aus. Wo haben wir es? Hier im 5-Minuten-Chart. Ich mache es nochmal groß. Hier war mir das nicht so geheuer. Da hatte ich ehrlich gesagt noch überlegt, hm, das ist ja noch so pseudomäßig, wenn er hier jetzt irgendwie, dann könnte man notfalls auch nochmal eine Long-Position versuchen. Weil der Teil nicht so offensichtlich korrektiv aussah. Ja, man könnte begründen, jetzt im Nachhinein sowieso, es muss ja wohl korrektiv gewesen sein, aber da seht ihr, wenn ihr zwei Märkte habt und einer macht ein sauberes Bild, Nasdaq, und einer macht nicht ein ganz so sauberes Bild, in dem Fall S&P, ja, dann überlegt euch, ob ihr dann tatsächlich nicht den Fokus auf das Bessere, das Stärkere, das Deutlichere Bild dann eben legt. So machen wir es zumindest mal. Also hier war das nicht ganz so deutlich und dementsprechend auch nicht für mich jetzt unbedingt ein Short in der Ausführung. Also nicht nur unbedingt. Ansonsten hier vorne, das ist Nachthandel gewesen. Diese Bewegung sieht nun ganz klar nicht nach Dynamik aus, deshalb Verdacht eher nach oben. Hier allerdings Hinweis, wahrscheinlich ein Leading. Warum erkennt ihr das? Na ja, es sieht ja fünffällig aus, mit genau zwei Gegenbewegungen. Die sind aber überschneidend und überschneidende Gegenbewegungen sind kein Impuls. Die sind halt klassischerweise im Leading und deshalb Verdacht, dass das Ganze, was wir da jetzt haben, Leading ist, hier die Korrektur war und dass die Bewegung eben nach oben geht und für die Early Birds von euch hier quasi das gleiche Bild. Hier konnte man sich jetzt entscheiden, ob man den einen, den anderen mag oder vielleicht sogar beide für Intraday Trades hier am frühen Morgen schon hier nutzen will. Aber das Bild ist, ja, besser kann man es nicht faken. Schub hoch, wackele ich runter und die Erwartungshaltung, dass Brüche nach oben, Umkehrkerzen eben Einstiegssignale sind für die Longseite da in dem Fall. Na gut, also ihr seht, die Longseite scheint hier noch ganz aktiv zu sein. Insofern, ja, da spricht jetzt nicht so arg viel dagegen. Vielleicht kommt dann irgendwann auch nochmal wieder ein Päuschen, ein größeres, ein kleineres Päuschen, das wären alles ganz gute Zeichen. Beim S&P finde ich zwar auch, dass wir zu wenig tief runter sind. Das ist eigentlich nicht, nicht so viel. Klassisch wäre schon, wenn er noch ein bisschen tiefer geht. Machen wir uns nichts vor. Aber, anders als der Nasdaq haben wir hier einen Start, wenn wir ehrlich sind, nee, der war auch tiefer. Ich gucke nochmal extra nach. Das Tief war hier bei 24, also 724 und hier war es bei 725,25, also die klassischen Future-Kurse mit 25 Basis-Punkten-Schritten hier oder Viertel-Punkt-Schritten. Also, insofern ist eigentlich ab hier alles Aufwärtsbewegung und da muss ich sagen, so richtig überzeugend ist der Move ausgehend von hier, ich mache mal hier den Pfeil hin, dann haben wir das immer im Blick, dass der am tiefsten war. Alles, was rechts davon ist, ist Aufwärtsbewegung, weil das der tiefste Punkt war nach dem Hochpunkt hier. Der war aber noch nicht höher als das, also ist alles von da spannend. Ja, aber das sieht doch auch noch doof aus, oder? Geht euch das anders? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da päpstlicher als der Papst, aber wenn der Nasdaq schon nicht so toll aussieht, dann weiß ich nicht, ob der S&P dann so, ja, wir machen mal was ganz eigenes, probieren wir mal aus. Die hängen häufig eng beisammen. Das war Dow Jones, nicht so, YM, YM ist das Kürzel für den Dow Jones, E-Mini-Future und da haben wir auch die Abwärtsseite hier, egal ob mit dem Spike oder ohne den Spike, wie man es auch immer jetzt hier anmessen will. Inzwischen haben wir ja durch diesen Ausrutscher, was heißt Ausrutscher, durch diesen Ausflug hier, das eigentlich auch Trendkanal-mäßig ganz gut. Es sieht immer noch korrektiv aus, es ist immer noch nicht ganz so tief, wie ich mir das eigentlich hätte vorstellen oder vorstellen würde hier an der Stelle. Wir sehen, dass aber hier die Ambitionen auf der Long-Seite deutlich passiver sind, um es mal sehr höflich auszudrücken. Also man hat nicht den Eindruck, dass die den gleichen Schub dort entwickeln. Im Detail, im Einzelnen vielleicht schon, aber die Gesamtbewegung, wenn ich mir das angucke, sieht alles noch sehr korrektiv aus. Also ich glaube, sagen zu können, dass sich aus dem Verhalten, wie die Marktteilnehmer da im Moment vorgehen, nicht wirklich ablesen lässt, dass die Marktteilnehmer mega Bock haben, da jetzt Vollgas zu gehen und einzukaufen. Das Bild wird mir hier nicht vermittelt. Wenn die anderen aber keine Lust haben, zu kaufen, ist jetzt die Frage, ob sie alle gucken, was macht denn der Rüdiger, wenn der kauft, kaufe ich hinter ihm her. Ja, erfahrungsgemäß kann ich sagen, das ist nicht immer so. Also, das heißt, ich will da nicht der Erste sein, der da jetzt kauft und ich sehe noch nicht die Begeisterung in den Gesichtern der anderen Marktteilnehmer. Zumindest an den Taten kann man es hier nicht erkennen. Und deshalb bin ich noch latent, dezent unterwegs, was die bullische Seite angeht, noch nicht so super glücklich. Ich denke mal, wir werden die nächsten Tage eine realistische Chance haben, vielleicht hier die 42.000 noch zu sehen, vielleicht auch ein bisschen noch einzutauchen in die Kiste da oben rechts, um dann eine ordentliche Korrekturgröße zu haben. Das würde ja passen zum Nasdaq. Der S&P spielt da auch gerne mit. Und dann kann man sagen, hey Leute, jetzt haben wir genug gepausiert hier. Wir sind doch eigentlich, waren wir doch guten Mutes. Hat sich irgendwas verändert? Nee, also in die Hände gespuckt und los. Ich glaube, das geht. Ich weiß allerdings, dass einige jetzt natürlich auch sagen, Mensch, ich habe aber Angst, es zu verpassen, kann ich nicht jetzt rein. Ich muss sagen, ich sehe im Moment die Chancen auch nachdem wir diese Kiste erreicht haben, für aufwärts als besser an. Sicher sagen kann man das nie, aber das Verhalten der Marktteilnehmer deutet aktuell zumindest nicht darauf hin, dass die Marktteilnehmer massiv hier auf die bullische Seite drehen wollen. Also das würde ich im Moment mal nicht so in den Vordergrund rücken. Das kann sich ändern, aber im Moment lassen es die Marktteilnehmer nicht erkennen. Also wer jetzt ganz Hardcore ist und sagt, ich will es aber versuchen, naja, ich persönlich würde, wenn, dann mit kleinen Größen einsteigen und dann sagen, okay, wenn es dann klettert, kaufe ich immer so ein bisschen kleine Menge, kleine Menge, kleine Menge dazu und bau dann die Position auf oder was wir machen, auf den Rücksetzer warten, vielleicht auf den kleineren Zeit eben zwei, drei Trades mitnehmen und dann eben nach dem Rücksetzer versuchen, hier unten irgendwo Einstiege zu finden und dann sagen, jetzt ist die Pause rum und jetzt können wir nochmal frei auf hier nach oben spielen. Der Russell ist ja auch noch nicht so super begeistert. Ich hatte ja schon angedeutet, so pseudomäßig ist ja der Anstieg gut aus, aber so ganz richtig einwellig oder fünfwellig sah das hier nicht aus und das hat sich so ein bisschen bestätigt. Ich habe gesagt, naja gut, wenn er da durchgeht, deshalb die Zeichnung hier, dann kann man es vielleicht mit dem Long mal versuchen. Er hat aber nicht wirklich ernst gemeint und dementsprechend, jetzt ist er so tief runter, also unter die 78er, ihr könnt immer messen. Tiefster Punkt, ich mache das mal hier unten, da kann ich es leichter zeichnen. Tiefster Punkt, höchster Punkt der starken Bewegung und wir sind durch die 78er. Das heißt, dieser Rücksetzer ist aus meiner Sicht zu groß jetzt für die besten Chancen für direkt nach oben. Ich glaube, das ist nicht so das Ding. Das heißt, die Long-Idee ist jetzt erstmal rum und ich fände es jetzt eigentlich ganz schick und zumal, ihr seht ja auch hier im 5-Minuten-Chart, für Ausgaben tun sich die Bullen hier nicht gerade. Man hat auch hier den Eindruck, das sieht alles sehr korrektiv aus, diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, macht ja jetzt nicht den Mega-Eindruck für gute Laune. Das heißt, mein Eindruck ist, wir gehen nochmal, greifen nochmal die Tiefmarke an, vielleicht die Trendkanalunterseite, vielleicht tauchen wir in diese Box ein bisschen ein, zumindest nochmal und gucken dann, ob wir da einen neuen Versuch haben. Diese Box ist übrigens nicht zwingend, dass die den Markt dann dauerhaft und für immer dreht, das ist eine Orientierungsgröße. Wie werden die Marktteilnehmer an diesen Marken sich verhalten? Daran können wir dann vielleicht was ablesen. Das werden wir dann gemeinsam tun in unserem, ja, einen der nächsten Videos dazu. Wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich ist es aber doch cool, weil die Märkte ja Intraday, wir sehen das hier, ja schon schnelle Bewegungen machen werden. Hier den starken Anstieg, wir haben das eben beim Dow und beim, insbesondere Nasdaq gesehen. Wenn ihr sagt, da hätte ich eigentlich mehr Lust dazu, dass wir das auch mal hier besprechen, das ist natürlich im Index Update am Nachmittag völlig fehl platziert. Aber, wenn ihr sagt, aber Bock hätte ich schon da drauf, dann empfehle ich euch das Live Trading. Immer dienstags 18.30 Uhr, also auch heute und wenn ihr da dabei sein wollt, ihr könnt auch Fragen stellen, könnt euch bestimmte Titel wünschen oder Märkte wünschen, wo ihr sagt, Mensch, werft da mal ein Auge drauf, wie siehst du das da? Kommt da gerne mit rein und dann gucken wir uns das sehr, sehr gerne an. Ich werde das ganz am Ende des Videos, ihr müsstet bis zum Ende vorspulen, die letzten 10, 15, 20 Sekunden wird eine Einblendung erfolgen mit dem Live Trading von heute Abend, so dass ihr da das nicht verpasst und dringender Tipp, abonniert die entsprechenden Kanäle, damit ich euch den Link nicht immer schicken muss, sondern dass ihr das im Zweifelsfall auch so mitbekommt, oh, da geht es dann nachher wieder los. Ja, losgehen, wie sieht es beim DAX aus? Geht es denn da zumindest schon mal los? Da hatten wir schon mal so ein bisschen den Verdacht hier mit Anstieg. Das sah ja schon ganz nett aus, der Anstieg, den wir hier hatten. Aber wir hätten was Korrektives, Dreiwilliges mit Überschneidungen gebraucht. Das hat es nicht gegeben. Wir sind inzwischen hier ja schon zu tief. da, also wir hatten gestern, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass das eigentlich ein Abwärtsimpuls ist. So, das hier ist ein Abwärtsimpuls hier. Den hatte ich gestern schon mal eingezeichnet. Impuls heißt immer, dass diese Pausen nicht überschneiden. Wenn sie weit weg voneinander sind, ist es immer ganz gut. Und dann hat man eine Aufwärtsbewegung, die ist zwar so semi-steil gewesen, da hätte man vielleicht noch, haben wir gestern, glaube ich, auch drüber gesprochen, unter Umständen geht sogar das, wenn er dann hier irgendwie was nach oben triggert, hat er vor sich selber gar nicht erst versucht. Insofern gab es das nicht. Die andere Alternative ist natürlich das A, B, C, das Zwischentief, in der hoffnungsvollen Erwartung, dass das, was vorne ist, grob, größenmäßig da hinten nochmal passiert. Hier ist es einigermaßen pünktlich. Beim Nass, da ging es ja sogar noch ein bisschen tiefer. S und P, glaube ich, auch. Aber hier ist es einigermaßen pünktlich. Das ist immer eine ganz gute Orientierung. Und Verdacht ist, wenn man vorne schon einen Impuls, also was Fünffälliges kriegt, mit den Pausen, nicht überschneidend, dann ist es sehr typisch, dass man hinten ebenfalls etwas bekommt. Wo waren die Pausen? Da gab es eine Pause. Hier gab es eine Pause. Zack. Das ebenfalls Fünffällig ist. Ebenfalls nicht überschneidend. Das war zwar hier so ein bisschen knapp, aber ihr seht hier, also die Tiefs, die waren hier höher als das da, anders als ich gezeichnet habe. Also das ist ein normales Verhalten, ganz typisches Verhalten. Und lässt eigentlich vermuten, hey, wenn das doch jetzt rum ist, könnte jetzt was Neues nicht beginnen. Tatsächlich ist es beim DAX so und das ist das vielleicht sogar nachher im Live-Trading eine ganz spannende Geschichte, ob wir da was draus machen können, das irgendwie in diese Richtung aussieht und uns zumindest beim DAX in Zwischenlungen beschert. Wie jetzt? Der geht hoch, die anderen runter. Naja, wir sind auf kleinen Zeitebenen. Es kann immer sein, dass dann zeitweise mal der eine Markt dann ein bisschen stärker nach oben geht als der andere Markt. Aber ich denke, dafür sind die Chancen auf jeden Fall da. Wie gesagt, das gucken wir uns gleich im Live an. Der Link dazu am Ende. Insgesamt muss ich aber sagen, bin ich mit der Abwärtsbewegung noch nicht so richtig glücklich, was den Korrekturmodus angeht. Das müssen wir uns die nächsten Tage nochmal angucken. Aber mein Fokus gilt da tatsächlich mehr dem amerikanischen Markt. So, das können wir uns aber sowohl beim DAX als auch bei den Amerikanern gleich gerne im Live nochmal angucken. Hier jetzt die Einblendung dazu. Da kommt ihr dahin. Guckt euch das gerne an. In diesem Moment euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.